Heute ein Gewinnspiel für alle Herr-der-Ringe-Fans da draußen, worüber ich mich persönlich sehr freue, weil ohne Herr-der-Ringe gäbe es ja kein Elbenwald, das ist ja quasi unser Leib-und-Magen-Thema, kann man das sagen, klingt komisch, ist aber auch egal. Wir konzentrieren uns heute auf Bücher und wir verlosen fünfmal die Kunst des Herr-der-Ringe und fünfmal der Fall von Gondolinen. Und das sind ja ganz besondere Bücher, wer mehr darüber erfahren möchte, ich verlinke hier irgendwo auch die Videos dazu, dann kann man sich ein bisschen schlauer machen. Aber auf jeden Fall sind es Bücher, die sind eher für Fans gemacht, die sich in der Welt schon ein bisschen auskennen und einfach noch mehr über Mittelerde und Tolkien selbst erfahren möchten. Und ganz wichtig, hier wird es insgesamt nur fünf Gewinner geben, nicht zehn. Das heißt, ein Gewinner bekommt sowohl die Kunst des Herr-der-Ringe als auch der Fall von Gondolinen. Alle weiteren Infos zum Gewinnspiel, wie beispielsweise die Gewinnspielfrage oder die Teilnahmebedingungen oder wie lange das läuft oder mehr gibt es, glaube ich, nicht zu wissen, gibt es auf der Gewinnspielseite und die ist hier auch irgendwo verlinkt. Es sei denn, ihr seid schon auf der Gewinnspielseite, ihr Füchse. Dann habt ihr ja alles richtig gemacht. Viel Erfolg!